Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 21. November. Nach der World of Trading melden wir uns wieder zurück, hier am Montag eben zum Wochenauftakt. Ich sage erstmal vielen Dank an alle Teilnehmer der Messe. Es war wirklich ein sehr, sehr gelungener Auftritt und eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung und auch gelungene Tage. Und vielen Dank an dieser Stelle für die reichhaltigen Besucher an unserem Stand. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen auch hier einen Mehrwert liefern. Für alle die, die nicht dabei sind, möchte ich auch ein Stück weit was transportieren von der Messe ausgehen. Denn wir hatten hier auch live natürlich den Goldpreis unter die Lupe genommen. Und den möchte ich Ihnen heute hier sozusagen auch nochmal im Nachgang darstellen. Da das Setting, das Setup, was wir hier beim Goldpreis gesehen haben und eben auch bei der World of Trading thematisiert haben, durchaus interessant ist. Ich gebe Ihnen aber immer noch den Tipp, und das konnte ich an der Messe auch nicht oft genug transportieren, dass gerade, wenn Sie den Goldpreis traden, im Endeffekt darauf achten sollten, dass Sie hier natürlich fair ausgeführt werden, mit echten Spreads arbeiten und eben auch idealerweise hier zum Beispiel den Goldpreis mit dem Interbankenpreis handeln. Und der nennt sich dann hier eben XAU-USD. Und da sehen Sie, was der Goldpreis letztlich hier veranstaltet. Hier hat er unseren Live-Spread jederzeit einsehbar auf unserer Startseite, auf unserer Website. Und hier wirklich der absolut transparenteste Vergleich, wie Sie praktisch hier den Goldpreis und zu welchen Preisen Sie eben auch traden und hier eben real am Interbankenmarkt sozusagen dann auch ausgeführt bekommen. Das ist ein Riesenthema auf der Messe gewesen, insofern auch direkt hier nochmal ganz klar anzubringen. Doch schauen wir uns jetzt mal hier den Goldpreis auf Tagesbasis an. Was fällt auf, wenn wir das sehen? Wir hatten zunächst erstmal einen Down nach unten erwartet. Da gab es auch eine Analyse in der vergangenen Woche, beziehungsweise eben hier in den Vortagen, dass wir auf jeden Fall in Richtung 1200, 1210 korrigieren sollten. Und warum ist denn jetzt hier die Chance gegeben, dass wir möglicherweise stoppen? Wir sehen es hier schon an diesem Grünpfeil, da kehrt sie hier vom Ende Mai, Anfang Juni, aber auch hier von den Tiefs des Aprils und genau auf diesem Niveau in etwa notieren wir wieder. Das ist also eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis, die wir hier auf jeden Fall entsprechend unter die Lupe nehmen wollen. Wir können auch hier neben diesem Horizontallinchen auch nochmal so ein kleines Rechteck einzeichnen, um die Unterstützungszone einfach ein Stück weit zu unterstreichen, denn das ist nun mal hier ganz klassisch der Fall. Und von diesem Niveau ausgehend darf man durchaus auch eine Erholungsbewegung erwarten. Der Goldpreis zumindest hier mit dem Ansatz nach oben anziehen zu können, das sieht nicht schlecht aus. Wir sehen auch hier bislang Gewinne auf Seiten des Goldpreises, also hier Aufschläge. Und auch die bisherige Range von 9,50 Dollar erlaubt durchaus noch Spielraum, denn im Schnitt sind wir hier gute 22 Dollar unterwegs und rein statistisch könnte es heute sogar bis 128 etwa gehen. Allein heute hätten wir noch genug Spielraum, eine solche Kerze zu erzeugen. Liegt natürlich auch daran, dass wir hier zuletzt sehr, sehr große Kerzen hatten, die hier über 50 Dollar gegangen sind. Das wirkt sich natürlich auf die durchschnittliche Daily Range aus, aber rein technisch sieht es auch interessant aus. Wir hätten hier bei 128, 130 etwa eben auch einen Horizontalwiderstand, der hier zumindest als erstes Ziellevel dienen könnte. Und insofern ist die Ausgangsbasis mal gar nicht schlecht. Das muss man definitiv unterstellen und darf man auch hier sozusagen auch hier in absoluter Klarheit darstellen. Selbst wenn man jetzt einsteigen würde auf aktuellem Niveau, ergäbe sich, Freitag hat man natürlich hier noch bessere Ausgangsszenarien, sprich, wenn man mit dem heutigen Opening reingegangen wäre, wären wir hier 100.210, 1207, 1208 Dollar in den Trade gekommen. Wer es denn jetzt beispielsweise versuchen sollte oder wollte und hier knapp unter dem Tief vom Freitag seinen Stopp setzt, der hat hier ein Risiko knapp über einem Prozent und würde dann auf der Oberseite, wenn es denn hier in Richtung 128 geht, eben mit einem CAV von knapp 1,1, 1,2 spielen. Das ist nicht viel, das muss man ganz klar sagen. Viel besser wäre es eben hier den entsprechenden günstigeren Einstieg sozusagen abzunehmen. Das hat man an der Messe entsprechend transportiert. Aber das ist zumindest hier auch nur in Anführungszeichen eine der ersten Chancen. Soll der Goldpreis nämlich deutlich über 1.230 rausziehen, auch per Daily Close, dann ergibt sich hier durchaus ein Lauf, das kann auch hier höher führen. Und dann reden wir natürlich über eine stärkere Performance-Möglichkeit, die sich dann natürlich auch entsprechend auswirken dürfte. Und dann hat man hier ein CAV, das geht dann schon in Richtung 1 zu 4,5. Und sollte man den Trade bis dato auch in voller Gänze durchhalten und keine Teilverkäufe vollziehen, wäre das hier durchaus eine theoretische Möglichkeit, die sich hier eben mit Blick auf die kommenden Handelstage eröffnen würde. Heute wirkt es aber wie gesagt bullisch. Wir können technisch gesehen durchaus weiter hochlaufen. Dann muss man sehen, was der Goldpreis eben hier bei 1.230 macht. Gelingt der Ausbruch, kann es hier durchaus weiter nach oben gehen. Und der Markt dürfte beflügelt werden. Wir haben hier de facto heute einen bullischen Handelstag, wenn auch nur gleich. Ich zeige es Ihnen mal. Geringfügel gleich haben wir aber hier 51% positiver Schlusspreise. Ist okay. Dienstag 55%, klar, bullischer. Dann gibt es zur Wochenmitte während der letzten 52 Handelswochen sozusagen einen kleinen Dip, um am Freitag dann hier mit dem stärksten Wochentag, sowohl Freitag als auch im Overall View. Und da reden wir über die letzten 17 Handelsjahre. Hier ganz klar einen bullischen Tag an den Tag zu legen, sozusagen. Letzte Woche Freitag klappte es nicht. Das heißt, es ist natürlich keine Garantie. 58% schrägstrich respektive 52 Wochen. 57% sind keine Garantie, dass es immer so kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass es passiert. Und insofern der Goldpreis auf jeden Fall interessant. Schauen wir kurzfristig noch auf den Saisonal Indicator. Der zeigt uns an, dass wir hier bis Ende November in einem wirklich bullischen Rückenwind sind. Goldpreis also hier definitiv gutes Potenzial hat, hier kurzfristig die 1230 anzugreifen, gegebenenfalls auch zu überwinden. Und dann muss man eben abwarten, was passiert, wenn wir weiter in den November sozusagen den Monatsabschluss hineinlaufen. Und Sie sehen es ja hier, mit Beginn Dezember sieht es dann schon wieder ein Stück weiter nüchternd aus. Da wird im Prinzip der Rückenwind rausgenommen und es kehrt sich um und es gibt hier eine dicke Gegenseite. Man muss mal abwarten, was passiert. Saisonal wird aber kurzfristig das bullische Setup auf jeden Fall beflügelt. Deswegen der Goldpreis heute auch nochmal für Sie hier an den oder auf den Schirm gebracht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Geben Sie ruhig ein Like, sharen Sie das Video, bringen Sie uns und JFD natürlich hier auch ein Stück weit nach vorn. Denn es gibt nichts Besseres als transparenten Handel und faire Ausführung. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und insofern wünsche ich Ihnen an dieser Stelle erstmal einen guten Wochenstart. Vor allen Dingen auch viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Und wenn Sie mögen, Sie wissen es, schalten Sie morgen 9.30 Uhr wieder ein. Da gibt es das Devisenradar. Nachher jetzt in einer knappen Stunde auch das Morning Meeting noch mit Jens Glatt auf unserem JFD Desktop. Da wird der DAX und Co. unter die Lupe genommen. Ich lege es Ihnen ans Herz. Letztlich Ihre Entscheidung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Handelstag, eine gute Handelswoche. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.